Und wenn ich das hier schon so sehe... Ja, und man greift das Feld. Dann können wir gleich noch die Kühe von Yang-In... Wir werden noch viel Leder brauchen. Wenn wir dann noch ein paar Bücherregale bauen wollen... Pflanz, 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 Pflanz... Pflanz, Pflanz, Pflanz... Ach, schade, dass man das nicht irgendwie so... Automatisch machen kann. Das wäre ja der Hit. Einfach mit Wasser abwenden. Dann drückt man das nächste Knöp... Ah, liegt ja noch da dran. Dann drückt man das nächste Knöpfchen. Und das ganze Zeug... Baut sich dann selber wieder an. So... Okay... So hier... Wie viele Äpfel waren das? Oh, acht wieder. Sehr schön. Ich bring das mal hier rein. Dann gehe ich noch zu den Kühen. Na ja, haben wir eh schon ein bisschen was liegen. Den brauchen wir dann eh, wenn wir eine größere Farm bauen... Aber... 56 Eichens... Nö! 56 Eichensitzlinge. Nicht schlecht. So... Blumen... Blumen, Blumen... Du gehörst eigentlich hier hin. Du bist Gras. So... Da habe ich eigentlich auch schon 38. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann nehme ich gleich 12 mit. So... Fleisch. Fleisch da rein. Uh... 33 Äpfel schon. Da können wir uns dann viele goldene Äpfel zaubern. So... Du kommst da her, du da... Die Erde brauche ich da jetzt mal nicht drin. Das Eichenholz kann ich auch hier rein tun. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Ich brauche ja das Dschungelholz. Was ich aber brauche ist Knochen, wenn ich sowas habe. Ach... Mehr ist genug. Äh... Ich glaube da brauche ich mehr jetzt ja durch dieses Update. Wo man ja öfters das Knochenwulver anwenden muss. Nehme ich einfach mehr mit. Und weil ich hier da... Was gesehen habe. Ja... Hab ich. So... Zack und zack. Dann machen wir uns mal ein Ende Auge. Obsidian. Ach... Nehme ich doch alles. So... Dann bauen wir uns da jetzt was Spezielles. Eine Ender Truhe. Und... Die kommt noch mal weg. Natürlich... Hier rein. Ach Gott. Da fehlt immer noch die Decke. Heieieieieiei. Was habe ich hier genommen? Öh... Die Orangenwolle. Und hier habe ich die Rote. Okay... Ich nehme mich da drüben. Einfach nur die Gelbe... Die Gelbe... Die Gelbe... Die Gelbe... Nicht da... Close door. Öh... Offen bleiben. Okay... Das sollte eigentlich reichen. Recht. Ja. Knöpfchen drücken. Wolle weg. Das weg. Das da rein. Obsidian. Brauche ich jetzt vorerst auch nicht. Dich brauche ich ja auch nicht. Bist du schon fertig? Du bist fertig. Level 5. Hier ist ja wieder dunkel. Hm. Aber echt... In Minecraft ist es nur mehr dunkel. So. Ach, was mache ich denn? Was ist das denn? Ja... Und hier... Na? Okay... 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 So. 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 wieder so ist. Ach, die Samen wollte ich ja mitnehmen. Keine Ahnung, woran das liegt. Da. Nochmal 3 Äckste. Brauche ich hier sonst noch was nicht. Gut, noch schnell die Hühner schüttern. Dann war es das eh schon. Geht so. Schauen wir da noch rum. Wacht, da ist die Tür offen. Kann jeder. Uuuuh. Schön. Schön, 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 schön. Hühner. Ja, hüpf, hüpf. Hüpf. Ihr sollt hüpfen. Irgendwo war da noch eins. Da hinten, oder? Ne, nicht. So, 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 so. Ja, ich glaube da wird keiner mehr was. Da, schon wieder. Da. Die kleinen Sterben machen. Versteht das echt nicht. Hm, das ist echt seltsam. Aber warum? E-und-ell muss ich da das irgendwie noch ein bisschen anders machen. Ich habe da schon eine Idee, was ich jetzt noch mache, diesen Mausgang mache ich da irgendwie. Gebaute ist aus Holz, habe ich da noch eine Falltür? Nein! Keine Bretter. Das brauche ich dann auch. Da nehme ich besser das sowas auch noch mit. So. Gut. Zwei Volt werden. Das brauche ich, das brauche ich. Das brauche ich noch. Ich habe das Ei weggeworfen. Und Glas. Das ist aber ehrlich gesagt nicht wirklich fehl. So. Lass ich noch ein bisschen was... Lass mal ein bisschen was brennen, dass wir mehr Glas haben. So. So. Das kann ich da auch zurück tun. So. 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 Dann mache ich mir da noch einen zweiten Eimer Okay, das habe ich Okay Gehen wir da mal runter Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Dann wäre direkt hier die Mitte Sehr gut, wenn ich dann da runter will, brauche ich nur da reinhüpfen Dann mache ich wieder das So, ist es hier jetzt zu dunkel? Ah, hier hat es nur sieben dann Ist es natürlich dann jetzt auch Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier Okay Weil das aber mit der Fackel ja Blöde ist, die wird mir ja jedes Mal dann weggeschwemmt Setze ich da in die Mitte in den Closetown rein Eigentlich wollte ich ja Aufnahmepause machen Ich komme nicht dazu eine Frau Frau Meow.